Oh! Boah! Was willst du von mir machen? Du schuldest deinem Kumpel Patrick 2,60 Euro. 2,60 Euro? Zahl damit, dann seid ihr quitt. Ruckzuck ist einfach. Geld schnell und leicht per Handy senden. Mit Quitt, einer Funktion unserer App. Zitat Ende des Gents into der Böse auch mit W Dwightont irgendeinem Kumpelkopf. Die Kumpelkopf. Die Kumpelkopf. Die Kumpelkopf. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 vom Platz. Traich hat ja jetzt vor allem in der ersten Halbzeit sehr sehr defensiv gestanden, da ist es nicht einfach die Lücke zu finden, oder? Nein, es ist nicht, aber wie gesagt, uns war schon klar, dass wir unsere Chancen bekommen und wendlich in der ersten Halbzeit dann in der zweiten Halbzeit und so war es ja auch und im Endeffekt hätten wir jetzt am Ende noch ein paar Situationen besser ausspielen können. Einmal wo der Jake versucht noch quer zu legen, daher denke ich mal hätten wir das Ding schon früher klar machen können. Jetzt geht es ja mit dem nächsten richtigen Derby sozusagen weiter nächste Woche? Ja, jetzt haben wir schon mal vorschnuppern können, was los ist, wenn man das Ding gewinnt hier und wir hoffen natürlich, dass es nächste Woche genauso ist. Jake! Jake! Sorry, pardon, pardon, dass er uns nicht wegläuft. Ja, also sorry, FSV nehmen wir auch voll ernst, ne? Ja, auf jeden Fall, wir wollen den nächsten Heimsieg haben und Derby 10 Uhr Siege. Ja, die Geschichte geht weiter, drittes Spiel. Drittes Tor. Kann man sich nicht beschweren, oder? Ne, wie letzte Woche. Besser hätte ich es mir nicht wünschen können. Und das ist so passiert. Das ist optimal. Das ist perfekt. Und solange du dann im nächsten Spiel triffst, können wir auch fröhlich weiter Interviews machen, oder? Ja, ich gebe mein Bestes, dass es so weiterläuft. Muss man schauen. Das Tor, das war so der Moment, gar nicht nachdenken drauf, oder? Genau. Einfach, Albi spielt einen super Ball. Ich laufe hinter die Kette und ich glaube, ich habe keinen Kontakt mehr genommen. Einfach draufgezogen, kurzes Eck. Dass der reingeht, ist umso schöner. In der ersten Halbzeit war es sehr, sehr schwer. Da war es sehr, sehr eng im Dreieicher Strafraum, oder? Ja, es war sehr schwer. Es war sehr eng, nicht nur im Strafraum, sondern generell auf dem Spielfeld. Die haben das gut gemacht in der ersten Halbzeit. Das Trainerteam hat uns dann ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben für die zweite Hälfte. Und so konnten wir dann mehr Raum finden. Und so ist dann auch das Tor passiert. Ihr habt ja kurz vor dem Tor umgestellt. Da habt ihr ja vorne ausgewechselt. Und auf einmal war dann der Platz für dich da, oder? Ja, ob das jetzt genau da dran liegt, weiß ich auch nicht. Aber wir haben auch Anfang der zweiten Halbzeit versucht, das umzusetzen, was das Trainerteam uns mit auf den Weg gegeben hat. Und genau so ist das Tor auch gefallen. Ja, was haben die zu euch gesagt? Sich mehr bewegen, die Räume enger machen, Geduld haben? Nee, einfach die Räume hinten, außen ein bisschen zurückziehen. Und dann ergibt sich da vorne, wo das Tor dann auch gefallen ist, da ergibt sich dann Raum. Das haben sie uns mit auf den Weg gegeben. Ja, das hat ja hundertprozentig gepasst. Super. Nächste Woche geht es gegen den FSV. Für dich das nächste Derby? Ja, für uns alle das nächste Derby. Ja, für uns alle sind das zwei schöne Wochen, wenn wir hier mit Punkten nach Hause gehen. Und das ist auch für der FSV auf jeden Fall das Ziel. Da wird die Mannschaft diese Woche hart arbeiten, dass wir das nächste Woche fortsetzen können. Vielleicht für dich nochmal, wo du ja jetzt sozusagen aus doch Fußball niederen Regionen hochgekommen bist. Was ist das für ein Gefühl, wenn man als Siegtorschütze hier vom Platz geht? Ja, das ist fantastisch auf jeden Fall. Und ja, diese Emotionen versuche ich mitzunehmen in den nächsten Wochen und versuche weiter meine Tore zu machen. Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Derby heute hier in unserem HNR Sportpark. Herzlich willkommen auch die Offenbacher Kickers und ihren Trainer Daniel Steiernagel. Wir haben ein spannendes Derby gesehen und jetzt wollen wir natürlich auch die Einschätzung der Trainer hören. Und dann fangen wir immer mit den Gästen an. Ja, hallo, erstmal in die Runde. Ich glaube, das ist wirklich ein Derby heute gewesen, weil viele Emotionen, viele Zweikämpfe. Nicht so viel Fußball, aber ich glaube, das war normal und davon konnte man ausgehen. Und ich glaube, dass wir heute ein gutes Spiel gemacht haben, dass wir in der ersten Halbzeit schon zwei, drei große Chancen gehabt haben, die wir uns erarbeitet haben. Und hätten da vielleicht schon in Führung gehen können, wenn wir jetzt sogar müssen. Ja, sind dann aber ruhig geblieben, haben weiter nach vorne gespielt, haben dann ein Tor gemacht. Ja, und dann nachher ist es klar, dass der Gegner dann nochmal alles probiert. Innenverteidiger dann nochmal gebracht, einen großen Spieler, um nochmal auf den ersten beziehungsweise auf den zweiten Ball zu gehen. Die Phase haben wir eigentlich auch ganz gut überstanden und haben gut Druck auf den Ball gehabt. Und ja, und an der Ecke ist nochmal bei so einem Ding, was halt immer passieren kann, rutscht durch. Mein Kvetter kriegt ihn an die Hand und ja, da hinten ist er sehr, sehr gut gehalten. Und was wichtig ist für uns, dass wir auch zu Null gespielt haben. Es gibt den Jungs auch Vertrauen, dass auch mal ein Tor reicht, wenn ich hinten gut organisiert stehe. Ich denke, wir haben auch gegen den Ball heute das ordentlich gemacht. Und von daher bin ich zufrieden. Danke. Ja, Rudi, vor ausverkauftem Haus, 2530 Zuschauer. Wie hast du es gesehen? Ja, ich denke, dass wir diesmal sehr gut ins Spiel gekommen sind. Wir haben super gestanden. Natürlich war Hoffenbach, wie sag ich, Hoffenbach ein bisschen überlegen von der Spielanlage her. Aber das war von uns auch so vorgesehen, so gewollt. Die Jungs haben in den Räumen sehr gut gearbeitet. In der ersten Halbzeit haben wir wenig zugelassen. Und wir sind nicht durch irgendwelche Sachen ausgespielt worden, sondern die Chancen in der ersten Halbzeit waren Standard-Situationen, die wirklich brandgefährlich waren. Das muss man sagen. Ich fand, die beiden Mannschaften haben sich da auch dann so ein bisschen neutralisiert. So sind wir auch rausgekommen ins Spiel. Und das Ganze hat sich für mich dann erstmal gelockert, wie das vorgefahren ist. Und das ist das, was ich jetzt schon die ganze Saison bemängel, dass immer wieder jemand dann patzt. Man darf als Innenverteidiger die Innenlinie nicht aufmachen. Und das ist passiert. Und dann kriegst du dann so ein Ding oder die Latte geschossen. Und dann musst du wieder dein ganzes System verändern und musst wieder aufmachen. Und wir haben versucht dann nochmal Druck auszuüben auf Ortenbach. Wir hatten auch zwei gute Gelegenheiten noch, letztendlich mit Loris Weiß. Und das meine ich die Situation, wenn du eins gegen eins gehst und bist im Sechzehner, musst du für mich Konsequenzer vorbeigehen. Du musst diese Sachen vollenden. Oder eben auch in der 85 Minute. Der Kopfball von Luby, das ist eine Torchance für mich. Die musst du vollenden. Das sind die Dinge, die ich die ganze Zeit auch so ein bisschen anspreche. Wo du einfach so ein bisschen naiv bist im Spiel. Da finde ich, ist die Oppenbacher Mannschaft auch so ein bisschen ein Stück weit abgezockt hat. Und dann gehst du natürlich immer wieder als Verlierer vom Platz. Das ist eine schwierige Situation für die Mannschaft. Wir versuchen das jetzt dann auch direkt wieder aufzufangen. Und wir hätten das Dörby natürlich auch gerne anders gestaltet. Das ist auch ganz klar. Und von daher Glückwunsch an Oppenbacher, an die drei Punkte. Dankeschön. Ja, vielen Dank Rudi. Jetzt die Frage an Sie. Wer hat Fragen an die Trainer? Wer hat vielleicht zwei Worte zu Check heißt? Wir haben ein Mikro. Also wenn es zwei Worte... Oder auch drei Worte zu Check heißt. Drei Worte. Super, gut. Gemacht. Exzellent. Darfst du damit gerechnet, dass der so früh so schnell auf der 8. Liga... Ja, man hat das sofort gesehen. Ich denke, bei der ersten Einheit schon. Also wenn ein Spieler aus der 8. Liga kommt, dann denkt man, der ist unfit. Erste Einheit glaube ich von ihm war, dass man Feldberg hochgelaufen und er war sofort vorne. Man sieht auch, wie er Bälle behaupten kann. Und er bringt unheimlich viel mit, weil er ist nicht nur schnell, sondern er ist auch ausdauernd. Und wenn ich die beiden Komponenten habe, das ist schon sehr, sehr gut. Aber hinaus hat er auch noch einen Abschluss, das ist technisch gut. Und klar ist es irgendwo ein Märchen. Aber es ist jetzt auch für mich nicht überraschend, dass es so gekommen ist. Wir haben am Anfang wirklich überlegt, gerade nach dem ersten Spiel, was nicht so gut war, dass wir den Jungen auch nicht verbrennen wollen. Genauso mit dem Luka Garic. Das hat sich schon angedeutet. Und von daher bin ich eigentlich auch nicht überrascht über seine Leistung. Ja, gibt es weitere Fragen aus Ihrem Kreis? Das ist scheinbar nicht der Fall. Dann geht es für uns als SC Hessen 3Eich Dankeschön zu sagen an wirklich besondere Offenbacher Fans, die heute hier sehr friedlich, freundschaftlich und auch nachbarschaftlich unterwegs waren. Und wir wünschen allen einen guten Heimweg. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.